Hi Guido. Hallo Steffen. Was hast du uns denn da mitgebracht? Das ist unser neuer Demo-Koffer für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Super, dann zeig doch mal her. Ja, hier haben wir einmal unseren neuen Temperaturfühler, den OptiTemp H61 und C61 und drüben den Drucksensor OptiBar 3050 für die Lebensmittelindustrie. Und diese Dichtung, ist die dafür da, die neuen eher EDG-Bestimmungen zu erfüllen? Ja genau, denn es ist nicht mehr erlaubt, Metall auf Metall abzudichten. Deshalb haben wir diese Peak-Dichtung entwickelt und sie dient dazu, dass wenn zum Beispiel ein Temperaturfühler bei der Rekalibierung ausgebaut wird, nur noch die Peak-Dichtung gewechselt werden muss. Und dann schraubt man die Temperaturfühler in die verschiedenen hygienischen Prozessadapter ein? Ja, damit können wir alle hygienischen Prozessanschlüsse bedienen. Super, welche Anforderungen gibt es denn noch außer die Zulassung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie? Ja, weitere Anforderungen sind eine gute Reinigbarkeit, eine hohe Genauigkeit und eine kurze Reaktionszeit. Okay. Und die kurzen Ansprechzeiten erreichen wir durch die reduzierte Spitze? Ja, das ist unser Kernstück. Das führt bei kleinen Rohrenweiten und bei kurzen Einbautiefen zu messbaren Genauigkeiten. Ich habe gesehen, wir haben einmal hier eine kompakte Ausführung und einmal mit Anschlusskopf. Ja, hier einmal der Anschlusskopf aus Edelstahl mit einem Schraubdeckel. Hier kann man einmal einen Klemmsockel oder Transmitter verbauen und das, was man hinhältst, die Kompaktvariante, hier mit M12-Stecker ausgeführt. Welche Ausgänge haben denn unsere Transmitter? Ja, wir haben eine große Auswahl an Transmittern mit unterschiedlichen Ausgängen. Zum Beispiel 0 bis 10 Volt, 4 bis 20 Milliampere oder hart. Und unsere neue Transmitter-Reneration kannst du jetzt sogar via NFC programmieren. Dazu benötigst du einfach nur ein Smartphone und unsere kostenlose Opti-Check-App. Die kompakten Drucktransmitter der Serie Opti-Bar PM3050 sind ja nun schon seit längerer Zeit auf dem Markt. Was ist hier neu? Das Gerät hier hat eine Frontbindig-Membran. Dazu liefern wir alle hygienischen Prozessanschlüsse ab Nehmweite 25 an. Und unser neues modulares Design bemöglicht uns eine einfache Lagerhaltung und kurze Lieferzeit. Welche Vorteile bietet das Design mit den Kühlrüppen? Die größere Oberfläche der Kühlrüppen sorgt für eine bessere Wärmeabfuhr. Dadurch kann das Gerät bei Prozesstemperaturen von 150 Grad in SIP und ZIP Reinigungsprozessen dauerhaft eingesetzt werden. Was müssen denn unsere Kunden noch über das Gerät wissen? Ja, insbesondere die vielfältigen Möglichkeiten der Parametrierung sollten hier erwähnt werden. Dies kann über das optionale Anzeigemodul mit Display oder aber über die Tasten erfolgen. Natürlich kann das Gerät auch via Hard parametriert werden. Super, danke für deine Ausführungen Guido. Gerne. Gerät. 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 Gerät.